Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Das Findelkind. Ich bin Christopher und dieses Mal wieder an meiner Seite, nachdem er letzte Woche einen wohlverdienten Break hatte. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, es ist der Paul. Hallo zusammen. Paul, diese Episode wurde inszeniert von Carl Weathers, Grieve Karga, höchstpersönlich. Jetzt bin ich gerade nicht ganz drin, ob er vorher schon mal Regiearbeiten abgeliefert hat, aber ja, es sah zumindest so aus, als wüsste er, was er da tat. Und geschrieben wurde diese Folge von Jon Favreau und Dave Filoni, was erklärt, warum diese Episode so durch und durch Mando und Grogu lastig ist und wir uns Ausflüge und Nebenplots wie letzte Woche, was ja sich wirklich wie ein Fremdkörper anfühlte, dieses Mal aussparen. Ganz kurz, wo du ja letzte Woche nicht dabei warst, was halt, wie fandest du die Episode oder letzte Woche? Ausgerechnet da war ich nicht dabei. Da, wo mal was für mich zumindest etwas Interessanteres passiert, als die Abenteuer von Mando und Grogu, da setze ich mal eine Woche aus. Ja, ich fand die Folge jetzt auch im Großen und Ganzen nicht das herausragendste Stück, aber doch interessanter als viele Abenteuer, die eben The Mandalorian und Grogu zusammen erleben. Ich fand die Abwechslung eigentlich ganz angenehm. Ist jetzt auch keine Folge, die ich mir immer wieder anschauen werde, aber ich war zumindest dafür, dass ich am Anfang ein bisschen geschluckt habe, als ich die Laufzeit gesehen habe, war ich dann doch ganz gut mitgenommen durch die Folge. Ja, ich fand den Ansatz interessant, wie ich ja schon das mit Torben besprochen habe. Dr. Pershing so viel Raum zu geben, hielt ich jedoch für einen Fehler. Hätte man zumindest abwechselnd ihn gezeigt, Mando gezeigt und ein bisschen mehr Drive in die Folge gebracht, so hat sich das doch für mich relativ trocken angefühlt. Aber ich habe mir ja sagen lassen, dass es sehr in die Richtung von Andor ging und Andor habe ich ja nicht geschaut, aber jetzt, wo ich doch gemerkt habe, ja gut, diese Art gefällt mir dann doch ein ganzes Stück besser als alles andere von Mando, dann vielleicht muss ich doch mal in Andor reinschauen. Aber so die richtige Motivation ist noch nicht da. Kann ich verstehen, aber ich persönlich glaube auch, dass du mit Andor mehr anfangen könntest, weil das ist wirklich so adult, so erwachsen, so reif, was Star Wars wirklich noch nie so an ein erwachseneres Publikum gerichtet, dass es vielen beinharten Star Wars Fans schlichtweg viel zu langweilig war. Aber ich denke durchaus, dass du Andor eine Chance geben könntest. Ich meine, so ein bizarres Experiment, eine Star Wars Serie geschrieben von dem Mann, der uns den George Clooney-Anwalt-Thriller Michael Clayton gab. Wo gibt es sowas? Mr. Tony Gissel. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir erstmal hier mit der, der kürzesten Mandalorian-Folge ever. Gar korrekt. Die Laufzeit beträgt knackige 31 Minuten. Ja, wenn überhaupt. Ohne Spann und Abspann. Ja. Von daher, ja, eine typische John Favreau de Filoni-Arbeit, dass sie uns mal wieder hier eine Samstagmorgen-Cartoon-Episode in Realkredenzen. Und so hat es sich extremst angefühlt, vor allen Dingen, was das Ende betrifft. Aber okay. Diese Herren haben deutlich Spaß bei dem, was sie hier verzapfen. Sie können selber wieder Kinder sein. Wir gönnen es ihnen. Ja, wir beginnen da, wo wir aufgehört haben zuletzt. Mando und Bo-Katan sind auf diesem Planeten gelandet, wo die Anführerin alle anderen Mandalorianer wieder versammelt hat. Sie sind in den Clan aufgenommen worden, Bo-Katan ebenfalls. Und wir haben eine Training-Session. Es wird geschossen. Es gibt Zweikämpfe. Es sieht ein bisschen aus wie ein Fight Club, nur mit Helmen. Die jungen Männer, Testosteron gestrotzt, werfen sich gegenseitig über ihre Schultern, prügeln sich und probieren ihre Waffen aus. Und Mando sieht zu seinem Jungen rüber, denn Brogu sitzt einfach nur am Wasser und will Krabben essen. Ganz in Wester-Grogu-Manier. Aber wir erinnern uns, es ist doch derselbe Strand, wo wir auch in Folge 1 waren. Und wo in Folge 1 da dieses Vieh aus dem Wasser gesprungen kam. Ja. Man sieht also... Also immer noch derselbe Strand. Also habe ich mir nicht gedacht, aha, okay. Also anscheinend stehen sie auf die Gefahr. Aber diesmal kommt es ja nicht aus dem Wasser, sondern woanders her. Ja, generell, dieser Planet ist ausgesprochen gefährlich dafür, dass Mandalorianer da in Ruhe trainieren und ihrem Schwur und ihrem Kodex nachgehen wollen. Aber okay, das sind die härtesten Runde der Galaxis. Die sehen darin wahrscheinlich wohl einfach zusätzliches Training. Ja, aber ich muss dann, da muss ich kurz nochmal einhaken. Hast du auch gesehen, was die sonst noch so machen? Also klar, die kämpfen da mit Fäusten. Aber dann gibt es auch welche, die schießen einfach ins Nichts. Die schießen aufs Wasser. Und also wir haben auch in Folge 1 gesehen, was diese Schusswaffen da gegen diese Kreatur ausgewirkt haben. Nämlich nichts. Und jetzt schießen sie da aufs Wasser. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Was macht ihr da? Ja, weil der Einstieg sah so aus, als wären wir mitten in einer Actionszene. Die stehen da am Wasser und schießen und schießen. Und du hast keine Zielscheiben aufgebaut oder auch andere Kreaturen im Wasser, die als Zielscheiben fungieren könnten. Ich, ja, wahrscheinlich irgendeine Vorrichtung im Helm, die denen ein Ziel vorgibt. Weil ansonsten sah das aus wie Blasterverschwendung im ganz großen Stil. Ja, ja. Aber gut, Mando will, dass Grogu sich beweist. Er setzt ihn zu den anderen trainierenden Foundlings, Findelkindern. Und will, dass er auch sich jetzt einmal hier im Kampfe beweisen kann. Und spannt ihn halt eben auch einen von diesen Blastern um das Handgelenk. Und das finde ich wirklich ganz toll. Die Mandalorianer trainieren mit Paintball. Ich liebe immer, wenn da so völlig unlogische Bezüge zu unserer Welt hinzugefügt werden. Sie trainieren mit Paintball. Wir erinnern uns in Episode 4 daran, als Luke Skywalker den mit diesem Ball trainiert hat und mit dem Lichtschwert die Schüsse abwehren sollte. Und das waren trotzdem Laserschüsse, die aus diesem Ball rauskamen. Die ja ungefährlich waren. Aber nein, die Mandalorianer machen sich die Mühe, ihre Trainingswaffen mit Farbe zu füllen. Er durfte sich ja auswählen, was für eine Waffe er gegen Grogu einsetzen möchte. Und er hatte sich ja für diese, sie haben es Pfeile genannt, glaube ich, entschieden. Da habe ich mir schon gedacht, na gut, dass er nichts Größeres oder nichts Schwereres, was Grogu nicht, weiß ich nicht, nicht so gut hätte steuern können. Und nicht so um sein kleines Ärmchen da geschnallt hätte werden können, wie das, was es jetzt ist. Da haben wir aber dann eine großartige Chance verpasst für wundervollen schwarzen Humor. Der Typ packt praktisch so einen Space-Super-Soaker ab, erinnerst du dich noch an diese Wasserpastolen von früher mit den Tanks, und blastet Grogu weg und er fliegt meilenweit über den See. Äh, nee, 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 das kann man dem Publikumsliebling nicht antun. Obwohl einmal könnte man so einen Gag bringen, oder? Ja, Grogu macht sich nicht gut bei der Trainingssession. Er muss einen Schuss einstecken. Mando hat aufwunderte Worte. Er muss schon wieder einen Schuss einstecken. Und Mando sagt, ich weiß, was du kannst. Komm, er sagt zum Glück, ich mach das wedelnde Handding. Das Ding, ja, cutten wir schon mal. Grogu setzt die Macht ein, macht einen Jump, macht einen Jump zurück und feuert drei Schüsse auf einmal ab. Also das war wirklich diese gesamte Sequenz, eine Szene aus dem 1x1 der Underdog-Geschichten so in ganz kurz abgehandelt. Und ich fand's, also gerade diese, diese Art und Weise, wie er da rumhüpft, sah ein bisschen irgendwie seltsamer aus. So, als würde man ihn einfach nur so, als würde jemand dahinter stehen und ihn einfach so hochheben und dann wieder runtersetzen. Irgendwie sah das total unelegant aus. Also wie so ein unbewegliches Stück Stoff, was man da einmal als Puppe mal zu der Seite hochhebt und dann zu anderen. Das, wow. Der Schnitt sah wirklich komisch aus. Also vielleicht der Effekt, wie er springt am Anfang war in Ordnung, aber die Art und Weise, wie das gefilmt war, wie er dann landet und wieder zurückspringt. Aber ja, das stimmt. Das war so zwei Strikes und dann ein Homerun, wie das inszeniert wurde. Ich meine, hier ist vielleicht der Bezug zu Carl Weathers' Regie. Du hattest in dieser Sequenz die komplette Rocky-Saga in 20 Sekunden. Ja. Ja. Ist doch auch was. Und ja, Grogu freut sich, Mando freut sich. Der geschlagene Junge geht an den See und ist dementsprechend deprimiert, weil er, ja, gegen jemanden verloren hat, der ein Zehntel seiner Körpergröße aufweisen kann. Und dann kommt die... Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal, siehst du, ich habe mir nämlich wieder ein paar Fragen notiert. Äh, Yoda, oder, äh, nicht Yoda, aber, äh, Grogu, ähm, wird der ja jetzt, oder kann der auch bei der Trainingssession einfach so mitmachen, soll später auch mal Mandalorianer werden? Oder, ich habe mich dann gefragt, also die meisten Mandalorianer, die wir da sehen, sind ja schon menschlich oder zumindest menschenähnliche Wesen, die laufen auf zwei Beinen und haben auch ungefähr den Körperbau. Wir sehen jetzt nicht, was unter den Helmen steckt, aber die meisten sind ja schon von einer ähnlichen Statur. Ich weiß nicht, ob es nur Menschen sind, keine Ahnung. Aber es kommt ja auch später dann noch so ein bisschen, ich habe mich gefragt, wer kann denn eigentlich alles Mandalorianer werden? Alle Findelkinder, die sie da irgendwie finden und warum, wenn ja, sehen die dann alle gleich aus unter ihren Helm? Ja, das wurde nie vertieft, aber es wurde schon relativ früh in der Serie mal gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob es in Staffel 1 war, aber es wurde klar und deutlich der Satz genannt, die Mandalorianer sind eine Gilde und keine Rasse. Jeder kann Mandalorianer werden. Okay. Und das macht es dann umso seltsamer. Ja, dafür sehen sie halt alle ziemlich gleich aus unter ihren Anzügen, also dafür, dass es so viele verschiedene Wesen dort gibt, aber ja. Ja, die können doch nicht wirklich einem das dann so bringen wollen, dass Grogu vollständig zur Mandalorianer aufsteigt. Wollen die uns dann ernsthaft einen Grogu präsentieren mit dem Helm, der links und rechts zwei Löcher für die Ohren hat? Ich finde, ich finde es viel spannender, wie sie die letzten Findelkinder in dieser Folge dann mit so einem Helm ausstatten wollen. Ich glaube, die werden eher Haustiere, auf denen die reiten werden, aber zum Training, aber obwohl sie sie Findelkinder genannt haben. Also das ist ganz bizar, aber hey, keine Diskriminierung. Die Mandalorianer sind, soweit wir sagen können, so woke, wie es nur geht. Jeder hat hier ein Recht auf Inklusion. Ja, nur sieht man, sieht man nur welche, die aussehen wie unser Mando. Also, ja, stimmt. Technisch gesehen gibt es hier keinerlei Diskriminierung. Ja, das lässt natürlich öfter das jetzt die Tür für alle möglichen Spekulationen. Ich meine, denk an all die merkwürdigen Kreaturen im Star Wars Universum. Ja, eben. Und die möchten Mandalorianer werden. Stell dir jemanden so vor, der zu den Woods gehört wie Jabba. Und die müssen dann eine Rüstung für ein Jabba-artiges Wesen kreieren und auch noch einen passenden Helm. Mein Gott, das wäre seltsam. Der könnte ja ein Jetpack, das den tragen könnte. Okay, ja. Keine Witze in der Richtung. Ähm, ja. Wir sind nicht fettphobig. Daraufhin kommt die Gefahr diesmal von oben, wie du, Volke, richtig schon gesagt hast. Ein drachenartiges Wesen erscheint, schnappt sich den Jungen und fliegt davon. Ganz ehrlich, was ist das für ein Ort, um dort irgendwas zu machen? Und warum haben die keine Abwehrsysteme oder sowas? Das kann doch nicht sein, dass die dort einfach so trainieren und ja, dann kommt halt mal was aus dem Wasser. Okay, dann kommt halt mal was aus der Luft. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass da jemand weggeschnappt wird. Sondern es scheint ja wirklich schon mehrmals vorgekommen zu sein. Aber ist egal. Also dann fliegt man dem halt nach. Aber wir wissen, dass wir ihm eh nicht hinterher kommen, weil dann ist unser Treibstoff alle. Ja, also die Mandalorianer-Gilde war ja relativ geschrumpft. Ich meine, in The Book of Boba Fett waren es ja nur ein paar Leute und die Anführerin hat neue Leute um sich gescharrt. Aber warum sie es an diesem Ort abhalten müssen, ist nach wie vor vollkommen seltsam. Das mag vielleicht eine ganz obskure Referenz sein, aber das erinnert mich wirklich an einen lustigen Running-Gag aus dem Dreamworks-Film Turbo mit dieser Schnecke, die Rennfahrer werden will. Okay. Da stehen die Schnecken auch immer zusammen und reden und halten Sitzungen ab und dann kommt immer aus dem Licht ein Vogel angeflogen und schnappt sich eine Schnecke und fliegt davon. Und die stehen da einfach so, ja okay, das war Billy, mach ein Haken, mach ein Kreuz am Brett. Wieder einer verloren. Pech. Aber die Mandalorianer haben natürlich ihren Ehrenkodex und fliegen hinterher und fliegen und fliegen und wir haben doch eine ganz relativ, ganz, ganz solide aussehende Flugsequenz. Aber die Jetpacks gehen aus, sie müssen landen. Das war aber auch nicht weit, okay, wie wenig Treibstoff haben die in diesen Jetpacks? Das habe ich mich auch gefragt, aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sind sie einfach sehr weit geflogen und wir haben es nicht alles gesehen. Ich habe mich da eher gefragt, laufen die jetzt zurück? Ich hoffe, man schickt die wenigstens das Schiff oder so. Stimmt. Dann los, 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 los. Oh Gott, jetzt müssen wir. Eine Woche später geht dann die nächste Szene weiter. Und du siehst hier so, ah, Wasser, Wasser. Ja. Okay, ja, perfekt ausgebildete Krieger. Diese Folge bietet eine ganze Menge Potenzial für unfreiwillige Comedy und wir sind noch nicht mal über den ersten Akt hinaus. Das ist wirklich, ja, wie gesagt, Cartoon-Writing. Cartoon-Writing at its best. Bo-Katan will dann aber einen Plan schmieden, um diesem Wesen beizukommen. Sie macht ihr Raumschiffstart klar und die Mandalorianer, eine Handvoll von ihnen, Dinjarin dazu auch, betreten ihr Schiff und sie fliegen dem Drachen hinterher, der ein Nest auf einem großen Berg hat. Und daraufhin ist Grogu alleine mit der Anführerin und folgt ihr in die Höhle. Und sie sagt, du bist noch weit davon entfernt. Wir müssen dir erst mal etwas schmieden, was dazugehört. Und während sie ein Wappen, ein Stück Rüstung für Grogu schmiedet, hat Grogu ganz offensichtlich Vietnam-Flashbacks. Ah nein, Order 66-Flashbacks. Ja, das ist so scheinbar der Vietnam-Krieg im Star-Wars-Universum, wenn man mal drüber nachdenkt. Alle haben immer traurige Erinnerungen diesbezüglich und wachen schweißgebadet auf. Mhm, und da war mal, also da habe ich mal was in diesem Gesicht von diesem Wesen da gesehen, was ich so, also er war ja, er hat wirklich so Flashbacks in seinem Ausdruck gehabt, ja. Das war ein total ungewohnter Gesichtsausdruck, weil er sonst ja immer nur für so ein niedliches Lächeln und so, also das war im ersten Moment schon irgendwie irritierend. Ja, der hat noch nie so traurig geguckt und auch so ängstlich. Ängstlich, das habe ich noch nie bei ihm gesehen. Das war wirklich, also die Puppeteers machen da wirklich einen tollen Job. Die haben dem da wirklich viel Ausdruck verliehen. Weil ich habe vor kurzem erst Kritiken gehört von Leuten, die immer sagen, warum ist Grogu nicht komplett computeranimiert? Und ich sage, nein, das gibt dem ganzen Charme und es lässt es doch ein bisschen greifbarer wirken, dass es eine Puppe ist. Und dass die Bewegungen der Puppe sind auch meistens so, dass es nicht weiter ins Gewicht fällt oder eben einen aus der Illusion rausreißt. Hin und wieder bei solchen Sachen wie eben den Sprüngen sieht das halt wirklich ein bisschen gestellst und unecht aus. Aber alles in allem konnte ich dieser Animatronic, dieser Puppe schon das immer abkaufen. Ich finde, das ist hervorragend, dass sie sich dafür einen altmodischen Effekt entschieden haben. Ja. Ja, Grogu bekommt Angst, Panik, Erinnerungen kommen auf. Denn, das sind Dinge, die vorher ja auch schon mal hier und da angedeutet wurden. Er erlebte damals die berühmt-berüchtigte Order 66, die ja in Episode 3 begann. Die Order, die allen Klonen quasi in ihre DNA eingebaut wurden. Dass sie sich auf Befehl von Imperator Palpatine gegen die Jedi wenden sollen. Und so eben das Imperium entstehen konnte und der Jedi-Orden für immer ausradiert wurde. Grogu ist auf Coruscant schon die zweite Episode hintereinander, der sie uns endlich mal wieder Coruscant zeigen. Was ich ja sehr, sehr beklatscht habe. Und sieht auch, also das sieht ja wirklich Sci-Fi-mäßig sehr schick aus. Ja. Und generell, der große Kritikpunkt überhaupt, das habe ich ja schon in Obi-Wan Kenobi auch bemängelt. Und Coruscant ist mehr oder weniger das Zentrum der Galaxis. Da ist die Republik und da eben auch später der Sitz des Imperiums und der Galaktische Senat und das Hauptquartier oder der Jedi-Tempel. Und deswegen sollten sich so viel mehr Geschichten auf Coruscant abspielen und nicht auf Tartuin oder sonst irgendeinem kahlen Ölen daneben. Aber Coruscant ist halt sehr aufwendig zu animieren, darum machen sie es wohl nicht so oft. Ja genau, wir sind da, ein paar Jedi-Ritter haben mit Klonen zu kämpfen, einige schlagen sich gut, einige werden erschossen. Grogu flieht auf seinem Gleiter in einer Art Aufzug nach oben und dann öffnet sich eine Tür. Und Grogu wird von einem anderen Jedi-Ritter in Empfang genommen. Und dann gibt es einen der größten Casting-Clues in Star Wars History, man kann es nicht wirklich genug betonen, dass man diesen Mann in dieser Form zurückbringt. Wer hätte das gedacht? Und ich finde, wenn man sich die Geschichte dieses Schauspielers ansieht, ist das eine sehr, sehr nette Geste. Weißt du, um wen es sich hier handelt? Ich musste es mir auch erst anlesen, aber als ich es mir dann eingelesen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist echt eine nette Geste. Das finde ich schön. Das hat es für mich nochmal so ein bisschen aufgewertet, weil ich mich erst gedacht habe, okay, jetzt haben wir hier so ein Flashback, der eigentlich natürlich nur für die Action-Sequenz da ist. Aber ihn dann da noch mit einzubinden, ja, ja. Und vor allen Dingen, was wird man mit der Figur noch machen? Ich denke, es bleibt nicht bei diesem einen Cameo. Den werden wir in irgendeiner Form nochmal sehen. Ich habe ihn, muss ich gestehen, auch nicht sofort erkannt, aber als ich dann seinen Namen im Abspann las, dachte ich mir, wow, wirklich eine coole Sache. Die Rede ist natürlich von Ahmed Best, derjenige, der damals in den Prequels im Jar Jar Binks Kostüm steckte. Und wir alle wissen, das war für Ahmed Best keine leichte Zeit, denn der ganze Hass des Star Wars Fandoms auf die Jar Jar Binks Figur hat sich ja leider auch auf ihn übertragen. Weil es da ja wie immer ein paar Blitzbirnen im Internet gab, die irgendwie nicht zwischen Schauspieler und realer Person unterscheiden können. Also beziehungsweise zwischen Schauspieler, realer Person oder eben Charakter. Und deswegen bekam Ahmed Best Hate-Mails, Hate-Kommentare, Hate-Post ohne Ende wegen der Jar Jar Binks Figur, was ihn, wie er mal erzählte, teilweise so sehr in Depressionen stürzte, dass er kurzzeitig über Selbstmord nachdachte. Und die Fanbase reagierte darauf, es gab nämlich schon einmal einen erheiternden Moment mit Ahmed Best, nämlich bei der Star Wars Celebration 2019, als da 20 Jahre Episode 1 gefeiert wurde. Eine Menge Leute, die da mitgespielt haben, waren natürlich sogar Steven McGregor und so weiter und so fort. Und dann kam auch Ahmed Best auf die Bühne und wurde mit einem wirklich frenetischen Applaus empfangen. Also man will bei dem Mann wieder Gutmachung leisten, wo es immer heißt, so das Star Wars Fandom ist so toxisch. Man merkt hier, dass man zu weit gegangen ist und man versucht es diesem Mann wieder recht zu machen. Finde ich eine wirklich schöne Geste. Ich hatte tatsächlich nie ein richtiges Bild vor Augen und deswegen musste ich auch, ich hatte dann, ich habe es gesehen, dass sich sehr viele Leute darüber auch jetzt hier an der Stelle gefreut hatten. Und wie gesagt, als ich es dann gelesen hatte, da habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich diesen kleinen Ausflug, den wir hier in der Episode, in der sehr kurzen Episode dann noch zusätzlich unternehmen, dem kann ich da doch schon was abgewinnen. Ja, aber abgesehen davon ist es auch wirklich eine zackige Action-Sequenz. Also das wollte ich hier nicht runterspielen. Wenn dieser von Ahmed Best bisher noch namenlose Jedi schnappt sich nämlich Grogu und rennt mit ihm in einen Naboo Starfighter und wir haben, nein, noch nicht in einen Naboo Starfighter, Entschuldigung, in einen normalen Gleiter. Und wir haben eine wirklich fetzige Verfolgungsjagd durch Coruscant mit Blasterschüssen und schwierigen Manövern und Ausweichmanövern, auch wenn das nur vielleicht ein Flashback war, das A eben ihm diese Möglichkeit geben sollte, aber eben auch ein bisschen mehr über Grogu erzählt, fand ich das aber auch als Action-Szene wirklich, wirklich nett umgesetzt. Ja, Action-Technik war das auch, war das echt sehr stimmig, aber wie gesagt, weiß ich, ob ich es jetzt nur für diese Action-Sequenz gebraucht hätte, ich finde das, was man da über Grogu oder vielleicht auch über seinen Charakter da noch fährt, das hätte man auch noch, hätte man noch anders als in einem, also in jetzt wirklich so einer Side-Quest, die man schnell mal mit einstreut, erzählen können, so für die Action-Sequenz. War das schon auch mit das Bessere aus dieser Folge und auch vielleicht zusammen mit der Action-Sequenz, die es am Anfang der letzten Episode gab, auch schon mit das, ja, griffigste oder auch mit das temporeichste, was wir vielleicht jetzt in der dritten Staffel von Mando bisher gesehen haben. Absolut. Mir hat es gefallen, hat mich auch hier und da ein bisschen an die Filme erinnert. Und dieser Jedi-Ritter, der macht natürlich dann uns dem mächtig den Mund wässrig, was Kameos betreffen könnte. Ja, tut mir leid, das ist Star Wars. Und ohne den Fanservice kommen wir hier nun mal nicht aus. Besonders nicht, wenn Favreau und Feloni ihre Finger im Spiel haben. Aber ich hab mir schon gedacht, nee, wir packen hier nicht bei so einer Folge, vor allen Dingen bei der Halbzeit-Folge sozusagen, die ganz großen Kameos aus. Sowas sparen wir uns immer für das Ende. Denn dieser Jedi-Ritter sagt zu Grogu, ich bringe dich an einen sicheren Ort zu Freunden von mir. Und sofort fingen die Räder an zu drehen. Obi-Wan-Kameo, Padme-Kameo, vielleicht sogar Anakin-Kameo. Obwohl Anakin natürlich gerade damit beschäftigt ist, Jedis abzuschlachten oder auf Mustafa die Handelsföderation abzuschlachten und auf sein Duell mit Obi-Wan zu warten. Aber ich hab mir wirklich gedacht, irgendeinen großen Namen könnte man hier auspacken. Hat man aber nicht. Nach dieser Verfolgungsjagd gelangen sie in einen Naboo-Starfighter und gehen auf Hyperspace und können entkommen. Und Grogu ist wieder zurück im Moment und kriegt eben dann sein Abzeichen fertig geschmiedet. Ich bin gespannt, was sie noch damit machen werden. Ja, gut, soweit denke ich da nicht. Soweit, keine Ahnung, führen auch meine Star-Wars-Ambitionen nicht, dass ich mir da jetzt irgendwelche Gedanken über Kameos mache. Aber was mir aufgefallen ist, dass man diesmal gesehen hat, wie sie die Technik da reinbauen. Weil diese Mandalorianerin irgendwann mal dieses Blech oder dieses Stück, was sie da halt für Grogu anfertigt, irgendwann mal auf so einem kleinen Tischchen liegen hat. Und da sieht man dann schön so, die dreht oder sie schweißt da irgendwas ein. Das hab ich ja in Folge 1 gesagt. Wie funktioniert das da bei den Helmen? Aber da hat man das mal ganz kurz gesehen, dass da zumindest noch ganz viel Technik verbaut ist. Und das nicht einfach nur da wie in einer mittelalterlichen Schmiede da ist, dass sie da den Helm eingießen. Und dann ist der fix und fertig. Ja, das muss aber ein echter Blink-and-you-miss-it-Moment gewesen sein. Also, ich... Ja, mir ist es aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, ach, guck mal, jetzt sieht man es mal. Vielleicht haben wir es auch in Folge 1 verpasst. Das kann natürlich auch sein. Nein, logisch in Folge 1 nicht. Aber dann hast du besser aufgepasst als ich. Bei mir ist es wirklich entgangen. Ich habe die ganze Zeit nur Stampfen gesehen kombiniert mit Grogu's traurigem Gesicht. Ja, ja. Ja, es ist fertig. Und dieses Abzeichen, diese Panzerung bekommt Grogu direkt auf die Brust. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird in späteren Episoden nochmal zum Einsatz kommen. Mit so einem ganz klassischen Fake-Out-Moment. Ja. Man sagt nur, Clint Eastwood in einer Hand voll Dollar. Oder die Referenz, die dann Marty McFly im dritten Zurück in die Zukunft dazu gebracht hat. Grogu hat eben das neue Abzeichen bekommen. Und wir sind wieder zurück bei den Mandalorianern, die das Findelkind retten wollen. Und die machen erstmal eine Pause an einem Lagerfeuer. Und haben praktisch erstmal Abendessen. Und dann ist da wirklich einer dieser Punkte, wo ich mich frage. Also, sie sitzen da und haben ihre Snacks. Und Mando fragt, nachdem er ja reingewaschen wurde. Nein, Quatsch. Bo-Katan fragt ihn, nachdem sie reingewaschen wurden. Wie können wir denn jetzt essen, ohne unsere Helme abzunehmen? Und er sagt, das können wir nicht. Wir müssen jetzt erstmal, jeder sucht sich jetzt ein ruhiges Plätzchen, um alleine zu essen. Damit keiner sieht, wie du deinen Helm abnimmst, um zu essen. Und bei solchen unpraktischen, nervtötenden Ritualen, da muss man sich doch wirklich an den Kopf fassen und fragen, welcher Depp schwört denn wirklich auf diesen Kodex? Wieso wollen so viele Leute Mandalorianer werden? Das ist doch nervtötend hoch 10. Ich stelle mir das jetzt vor, an diesem Strand. Da sind, weiß ich nicht, 50, 60 Mandalorianer. Und wenn die dann alle Abend essen, verteilen sie sich da alle so über den Strand, keine Ahnung. Die müssen sich da, ich weiß nicht, wie die das anstellen. Stimmt, echt. Ich meine, gut, da sind weite Flächen, aber die müssen sich ja ganz schön weit verteilen. Vor allen Dingen, was passiert, wenn dann einer aus Versehen so um die Ecke stolpert, während du da sitzt und deinen Snack isst, während du den Helm abgenommen hast? Das ist ja dann nicht deine Schuld. Bist du dann schon wieder aus der Creed ausgeschlossen? Oder die haben einfach, ach nee, schon wieder, schon wieder passiert, jetzt muss ich wieder da runter gehen. Vielleicht haben die auch so eine eigene Kammer da, wo dann halt, dann gibt es so, Abendessen ist von, weiß ich nicht, 16 bis 21 Uhr, wo dann halt alle nacheinander einzeln immer eine Viertelstunde reingehen können, dann dort essen. Oh Gott, ja. Eine Gilde von hammerharten Kriegern haben Regeln wie im Altenheim. Fantastisch. Oh, also das ist wirklich, da würde ich doch sagen, fuck it. Ist es das wirklich wert, verdammt nochmal, ich kann nicht mal mit Leuten zusammen essen, das ist doch nervig, wirklich. Dann sollen die, oh ja, wenn wir schon bei Altenheim-Anspielungen sind, dann sollen die alle nur Flüssignahrung zu sich nehmen, dann geht das ja. Strohhalm unter den Helm und Schlürf. Ja. Ja, so läuft das halt ab, es ist der nächste Morgen und wir haben eine kleine Free-Cliving-Session. Die Mandalorianer klettern den Berg hoch, wo das Nest des Drachen ist, tun sich dementsprechend schwer. Hier, ich weiß nicht, ich hätte mir ein paar Sachen abgelegt, aber in voller Montur den Berg hoch, naja, okay. Die wissen, was sie tun. Und sie kommen oben an und Whistler ist ganz besonders forsch, denn der Junge ist sein Sohn, wie wir da erfahren. Was mir vorher noch kein Durst war. Ja, nein. Ragnar. Im Ernst? Hab ich das richtig, hab ich das richtig, ich dachte, ich hab nämlich, ich war auch so verwundert, heißt der, also ja, aber ich hab gedacht, er hat mehrmals Ragnar gerufen. Ich seh's hier gerade, tatsächlich, er heißt Ragnar. Pass Wisslers Sohn heißt Ragnar. Okay. Ja. Bringen wir auch ein bisschen nordische Mythologie mit ein, oder Wikinger eher gesagt. Hm, aber wir müssen ja erstmal feststellen, dass das Nest leer ist. Ja. Und da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten da, die Proportionen von diesem Nest richtig einzuschätzen. Denn wie sich dann herausstellt, können die da ja wirklich durchlaufen. Und wie sich dann auch feststellt, ist das Nest ja gar nicht so leer, wie man auf den ersten Blick dachte. Und diese drei riesigen Drachenbabys, die sich da dann verstecken, die sahen dann, wo sie in dem Nest dann hockten und sich offenbart haben, nicht so aus, als könnten sie sich da unter so ein bisschen Büschel da verstecken. Oder? Ja, absolut. Habe ich mir auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht zuerst. Aber dieses Nest fungiert ungefähr nach der gleichen Logik wie Snoopys Hundehütte. Und von außen sieht's aus wie ein gewöhnliches Vogelnest. Und dann kommen drei Riesenbabys da raus, die man scheinbar nur unter zwei, drei Ästen und Zweigen verstecken kann. Wirklich kurios. Vielleicht haben diese Tiere irgendeine Tarnvorrichtung so, wie der Indominus Rex aus Jurassic World, können sich einfach ihrer Umgebung anpassen. Ja, in der Tat. Also, das wurde wirklich nur so komisch konzipiert, damit man eben den Überraschungsmoment hat. Die kommen da hoch und... Ja, in der Kühe. Ja. Ja. Aber dass man das dann erst leer inszeniert und dann sieht man's irgendwann von oben und dann ist dieses Nest aber fast voll, wenn diese drei Babys da noch drin hocken und die Mandalorianer da noch stehen, das wirkte schon irgendwie seltsam. Ja, und Mama gesellt sich dazu und Mama sagt Fütterungszeit und dann kommt der nächste merkwürdig kuriose Moment, denn Ragnar wird quicklebendig von Mama ausgespuckt. Was zum Teufel. Und wahrscheinlich war sie auch erst mal einen Tag unterwegs oder ich weiß nicht, warum sie erst später da jetzt ankommt oder ob sie, ob, 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 ob das erst besonders lecker ist, wenn der 24 Stunden einmal im Maul verbracht hat. Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich mich gewundert, warum ist der Vogel da nicht schon längst da? Ich meine, die sind dem Vogel gefolgt, sind zurückgeflogen, sind wieder hingeflogen, haben eine Nacht gewartet, so klettern den, 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 den Berg rauf und dann kommt erst der Vogel oder vielleicht war ja, hat er noch nach weiterer Beute gesucht, aber da war so das nächste Moment, Herr Moment. Ja, okay, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es eben die Kochanweisung dieser Drachensorte, bitte behalten sie ihre Beute 24 Stunden lang im Hals, nur dann kann sie richtig garen und ist für ihre Babys besonders schmackhaft. Ja, aber dafür, dass er 24 Stunden lang in diesem Maul war, sah er eigentlich noch ganz okay aus. Ja, vor allen Dingen mit kompletter Rüstung, also. Ja, und allem. Macht denen das nicht aus, essen die ihr Obst auch mit Schale, na gut. Ja, sie spuckt die da aus. Die Mandalorianer wollen fighten, wollen den Jungen retten und als ob der arme Junge nicht schon genug mitgemacht hätte, schnappt ihnen die Drachenmama mit dem Fuß und fliegt davon. Und wir haben eine wieder erneute relativ, relativ coole Flugsequenz. Überhaupt, diese Folge scheint in den Actionmomenten immer besonders, wenn geflogen wird. Fällt dir das auf? So, Fliegen ist ja voll Carl Weathers Ding. Ja, wobei ich dann schon sagen muss, dann hat mir das aus dem Mittelteil doch, also es sah ein bisschen schicker und ja, auch ein bisschen eindrucksvoller aus als das, was hier. Das fand ich auch teilweise ein bisschen unübersichtlich. Ach, und ganz ehrlich, es war dann auch so, also wieder so ein, die, äh, äh, na, die, die Fallhöhe. Haha. Wortspiel. Oh, oh. Die Fallhöhe war jetzt, also in der Handlung vielleicht schon hoch, aber jetzt so emotional gesehen überhaupt nicht hoch. Nein, es war auch für mich, wo du die Übersichtlichkeit ansprichst, ein bisschen schwierig zu sehen. Wer genau macht da jetzt was? Ich meine, es ist klar, dass am Ende Mando einen Heldenmoment haben muss und keiner der anderen Mandalorianer, die ja eigentlich nur bessere Statisten sind. Aber ja, es wird mit dem Drachen gefeitet, er kriegt Feuer ins Gesicht, er schmiert ab, er lässt den Jungen fallen. Watno fängt den Jungen auf und der Drache stürzt ins Wasser. Und wie der Drache dann komplett besiegt und verendet wird, ist tatsächlich schon meiner Erinnerung entschwunden. Was genau machen sie dann? Äh, ich keine Ahnung, irgendwann fällt er einfach runter ins Wasser und sinkt. Ja, das war ein ganz schöner Antiklimax, wenn man hier schon, ne. Und es ist vor allen Dingen auch, also alle kommen ja eigentlich heil raus. Aber außer der Drache. Ja, aber du hast recht, wo wir immer über hier Vorhersehbarkeit reden, man hätte hier tatsächlich noch, um die Dramatik und den Actiongehalt ein bisschen zu erhöhen und um das auch einfach ein bisschen badass zu machen, ein paar der namenlosen Mandalorianer sterben lassen können, weil die waren doch wirklich nur bessere Statisten. Ich, äh, das hab ich erst auch gedacht, ich hab auch erst gedacht, das sind jetzt so hier die Red Shirts der Mission, aber die haben ja auch zuvor schon irgendwie gesagt, ja, von, ist es noch keiner wiedergekehrt oder so. Das wirkte dann auch so ein bisschen, mhm, 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 keiner wiedergekehrt und dann läuft das hier so ganz ohne irgendwas ab. Vielleicht haben wir es auch nicht gesehen. Vielleicht ist in der Actionsequenz vorher, ist da auch jemand abgestürzt oder war wieder das, das Chatpack alle. Das hat dann dort doch ein bisschen länger geholfen, aber vielleicht, äh, länger gehalten, aber vielleicht haben sie es auch nochmal aufgeladen. Ähm, ja. Stimmt. Hatten die Akkus in dem Schiff und dann waren sie dann vollständig für diese Mission aufgeladen. Ja, also der Drafter, der hat doch ziemlich enttäuscht. Sein erster Auftritt war beeindruckend, aber dann in diesem Showdown war das wirklich, war der wie ein Videospiel Gegner Stufe 1 so leicht zu besiegen. Also für mich war es eigentlich genau dasselbe wie diese Wasserkreatur in Folge 1, nur halt mit einem etwas längeren Auftritt, mit einem etwas langgezogeneren Auftritt ebenso gut hätte der in Folge 1 da jemanden unter Wasser zerren können und dann hätten sie da einen Plan ausklügeln müssen, wie sie den retten können, aber letztendlich wäre es genauso einfach aufgelöst worden. Ja, wo wir wieder über verschenkte Situationen sprechen beim Writing, hier machen wir halt, steuern wir wie immer auf den größten gemeinsamen Nenner zu, aber verdammt Paul, Wasserkreatur, du sagst es, das passiert, Lyle the Crocodile kommt aus dem Wasser hervor und schnappt sich den Drachen, so wurde der Drache besiegt am Ende. Jetzt fällt es mir wieder ein, das Krokodil. Kann man was aus dem Wasser? Ja, das Krokodil ist schon komplett verschwunden. Das Krokodil kommt am Ende hervor und schnappt sich doch den Drachen, das passiert am Schluss. Echt? Ich habe gedacht, der versinkt einfach, oder? Da war ich kurz unaufmerksam. Ja, da hast du nur noch eine Jurassic World Referenz, da hast du ein böses Flugvieh, das rauskommt und dann wird ein Wassertier, macht mit ihm ganz, ganz kurzen Prozess, schnapp und weg. Ich dachte, du wolltest mit Wassertier schon auf die nächste Szene mit Bo-Katan hinaus. Nein, 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 nein. Aber ja, das, es war auch so ein relativ kurzer Moment, aber ja, das Krokodil aus Folge 1 kommt hoch und schnappt sich den Drachen. Und wie konnte ich das vergessen? Ich habe diese Folge gestern Abend erst gesehen, aber okay. So ist es passiert. Was ich okay finde. Ich meine, das zeigt halt, die Natur ist erbarmungslos und es kann jeden treffen und Survival of the fittest und so weiter und so fort. Ich fand es gut, dass sie das Krokodil nochmal benutzt haben. Ja, pff. Einfach nur für den Effekt. Ich meine, so wie in unserer relativ schwachen und falschen Erinnerung, wäre der Drache wirklich einfach nur versunken, wäre das doch echt lame gewesen. Wir machen in unseren Köpfen die Folge lamer, als sie ist. Ja, und dann geht es zurück. Es wird gelandet. Alle sind zufrieden. Die Anführerin spricht auch Lob aus für Bo-Katan. Mando schnappt sich wieder Gugu und ist stolz. Der Junge ist zurückgekehrt. Und dann bekommt Bo-Katan zu ihrer Belohnung, da sie diese Mission so erfolgreich angeführt hat, auch ein neues Wappen für die Schulter. Oder sie entscheidet sich zuerst für, für welches Logo entscheidet sie sich zuerst? Pff, keine Ahnung. Ein anderes. Und daraufhin sagt sie aber, darf ich auch den Mythosaurier haben? Hier wird erklärt, sie kann immer den Mythosaurier haben. Alle Mandalorianer haben den Mythosaurier, weil er ja so wichtig ist. Und dann kommt ein schon interessanter Punkt. Sie sagt, was wäre, wenn ich dir sage, ich habe einen gesehen. Nun ja, wenn man in den Wassern von Mandalore badet, sieht man eine Menge Dinge. Nein, ich habe wirklich einen gesehen. Und sie hakt das wie immer nur ab mit This is the way. Und wir haben einen irritierten Blick von Bo-Katan, den wir sehen könnten, wenn sie nicht den Helm aufhatte, aber ihre Körpersprache, finde ich, hat da Bände gesprochen. Sie kann nicht verstehen, warum das einfach so ignoriert wird, als hätte sie das gar nicht gesagt oder hätte es sich eingebildet. Und cut. Wir sind am Ende. Was hat es damit auf sich? Könnte es etwa sein, dass wir mal einen Twist bekommen bezüglich unserer Anführerin, die immer als so ein starker Backbone der Mandalorianer gezeigt wurde, auf die immer Verlass war? Könnte man eventuell mit ihr etwas machen, was sie in eine Schurkin umwandeln könnte? Das wäre doch mal eine interessante Wendung. Weil warum sollte diese Frau, die diesen Kodex intensiver lebt als jeder andere, die Möglichkeit ignorieren, einen echten Mythosaurier sehen zu können, wo dieses Tier doch bei denen so eine wichtige Rolle spielt? Ja. Ja. Ich habe da echt keine große Ambition, mir darüber Gedanken zu machen. Ich nehme das, was kommt. Und ich stelle mich auf nichts allzu Komplexes ein. Ja, also ich frage mich schon, wieso, weil es muss ja da irgendwie zum Split kommen. Ich meine, das läuft schon, das fand ich halt schon ziemlich offensichtlich, es läuft viel zu friedlich ab. Ja, und jemand, also es hieß ja auch die ganze Zeit, nee, geht nicht auf Mandalore und so weiter, weil da ist alles, also die Gerüchte waren ja auch schon gestreut. Weil natürlich gibt es da wahrscheinlich irgendwann, also das Konfliktpotenzial ist ja da. Ja. Und man sollte ja diesen Planeten nicht wieder betreten in irgendeiner Form. Genau. Und es wurde ja auch schon gezeigt, dass Bo-Katan sich viel zu leicht irgendwie bei denen einfindet und sie befolgt die Regeln und sie nimmt den Helm nicht mehr ab und das war irgendwie alles viel zu Kumbaya für meinen Geschmack. Ja, wobei ich fand gerade, dass man dann allein bei ihr an dieser Feuerszene bleibt, das hatte für mich so einen kleinen, ja, weiß ich nicht, ich möchte jetzt nicht zu viel da rein interpretieren in diesen Gesichtsausdruck. Wenn man schon mal so einen Gesichtsausdruck sieht, dann neigt man vielleicht auch eher dazu, da schon mal mehr rein zu lesen, weil man hat halt nicht so viele in der Serie. Aber vielleicht war da auch so ein kleiner, weiß ich nicht, so ein kleiner Bruch in ihrem Charakter oder so eine Entwicklung in ihrem Charakter, wo man jetzt weiter ansetzen könnte. Aber ja. Ja, dass sie sich von den Mandalorianern abspeisen wird, das ist wohl, denke ich, sicher. Also da muss es irgendwie zu einer Art und Weise kommen. Einen endgültigen. Ja, endgültig. Ja, endgültig und vor allen Dingen dann auch revolutionierend in der Gilde, dass wenn Mandalore wieder aufersteht, unter ihrer Führung wird es anders sein und dann wird mit den Traditionen gebrochen, darauf muss es ja irgendwie hinauslaufen. Und damit sind wir am Ende. Eine actionreiche Folge, eine hier und da doch spaßige Folge, aber eine Folge, die wirklich geschrieben wurde, ohne irgendwelche Rewrites, habe ich das Gefühl. Also da war wieder mal einfach nur vieles einfach so dahingestellt, man muss es akzeptieren, wo man sich über bestimmte Details nicht sonderlich viele Gedanken gemacht hat. Was aber dem Spaß keinen Abbruch getan hat. Ich finde, wir hatten gute Setpieces, wir hatten ein paar nette Überraschungen. Aber ja, die Folge hätte länger sein können, hätte man bei einigen Dingen tatsächlich mal ein bisschen intensiver nachgedacht. Also für mich war es wieder eine recht simple, man kann nicht mal sagen, man, du Stunde, es war ja wirklich nur eine halbe Stunde. Simpel gestrickt ist, ja, natürlich sah es gut aus. Das meiste zumindest, jetzt so bei den Flugsequenzen, beziehungsweise ich fand auch den Drache jetzt nicht besonders hübsch. Aber, ja, wird nicht meine Serie, wird es auch nach dieser Folge nicht und ich muss jetzt auch erstmal schauen, wie ich da jetzt die nächsten Wochen vielleicht erst auch nochmal pausere und vielleicht dann in den letzten Staffelepisoden nochmal hier vielleicht dazustoße. Wir werden es sehen. Denn wir sind nämlich schon an der Halbzeit angelangt und ich muss auch sagen, bisher ist diese Staffel im Vergleich zu eins und zwei, was den Fun betrifft, was die Abwechslung betrifft und was auch die Eigenständigkeit der Folgen betrifft, ein bisschen unterwältigend. Also das ging irgendwie vorher runter wie Öl, jetzt ist es manchmal ein bisschen dröge und zäh, aber ich weiß nicht, ob man einfach nur die erste Hälfte komplett mit Setup verbringt und dann eben Überraschungen auspacken möchte in der zweiten Hälfte der Staffel. Favreau und so weiter und Konsorten haben da bestimmte Dinge angedeutet, nur das kann halt einfach auch nur typisches PR-Blabla sein. Von daher ist unser Blick wie immer auf den Horizont gerichtet. Wir warten ab, was passiert. Es ist auf jeden Fall wieder viel Teaser passiert. Ja, oh ja. Auch der Mythosaurier ist natürlich, und das ist was, was mich, also, ah, das nervt mich auch einfach irgendwann nur noch, dass immer geteasert wird und dann beschäftigt man sich mit solchen klitzekleinigkeiten, die eigentlich null emotionalen oder überhaupt irgendeinen Impact haben. Hauptsache man hat wieder ein, zwei Teaser reingehauen und so ganz, ganz oberflächlich vielleicht nochmal so ein bisschen Mandalorian-Kultur erkundet, was vielleicht auch so ein bisschen Thema der Staffel ist, aber auch nicht wirklich in irgendeiner Form tiefgreifend oder mit innovativen oder mit irgendwelchen besonders kreativen Ideen angereichert wird, aber ja. Ja, das stimmt, dass man oft den Eindruck hat, ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Das ist das Gefühl, dass ich in dieser Staffel schon die ganze Zeit über habe. Ich habe den Eindruck, du kriegst die ganze Zeit eine Vorspeise nach der anderen serviert, aber niemals ein vollständiges Menü. So, ich hatte jetzt genug Brot und ich hatte jetzt genug Suppe. Kann ich jetzt mal das Fleisch bekommen, die Kartoffeln, das Gemüse? Bitte tischt jetzt mal was auf, was mich auch sättigen kann. Wir sind an der Halbzeit angekommen, verdammt nochmal. Ja. Von daher heißt es hoffen. Ich meine, es kann ja nur mehr passieren. Wir gehen mit großen Schritten auf das Ende zu. Von den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung her kann nur mehr passieren. Und damit bedanke ich mich auch bei euch allen fürs Zuhören, aber am meisten bedanke ich mich natürlich bei dir, Paul. Danke, dass du zurückgekehrt bist für ein weiteres Mal. Danke, Chris. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Recap. Und bis daheim bleibt mir wie immer nur zu sagen, das ist der Weg. Das ist der Weg. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.